Koi Pond Schrimps, das ist unser natürliches Zusatzfutter für die Koi im Gartenteich. Der hohe Protein- und Fettgehalt der gesunden Garnelen fördert das Wachstum, die Verdauung und die Farben der Koi. Vitamine, Mineralien und Karotin stärken dabei die Gesundheit und die Haut der Fische. Unsere Koi Pond Schrimps sind übrigens bestens dazu geeignet, die Koi mit der Hand zu füttern bzw. die Fische handsam zu machen. Unsere Schrimps von Koi Pond, die perfekte natürliche Futterergänzung. Koi Pond Schrimps